Freddy steht meistens für eine Person männlichen Geschlecht. Ich bin ja so schlau. Woa, ganz knappe Kiste. Wow, hier hoch, du stießt im Weg. Wovac, wovac. Wie lag einfach, wie lag dieses Spiel war. Gerade eben. Ja, ihr habt das ja mitbekommen. Aber trotzdem, was soll denn sowas? Ich zahle nicht umsonst ganze 6 Euro, um ein Spiel zu kaufen, was dein Lack-Brennings aufnehmen. Ja, ich habe das Spiel gekauft. Ich hätte schon wieder richtig schief gehen können. Das nächste Mal gehe ich auf einen Jetpack und knall ich ihn von oben ab. Ich sag's euch. Schieff ihn doch ab, Mann. Steig auf das Piss-Motorrad auf, du Horst. Nein, 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 hau ab, hau ab, du bist so ein Horst-Günther. Ja. Äh, Jesu, yum, yes. So, jetzt seid ihr dran. Gut, das war anscheinend unnötig, ihn zu töten, aber na gut. Kann man fast eine Million Dollar für Immobilien. Das war's. Technikistik, Baby. Komm mit dieser Scheiße, Mann. Schau mal, Mann. Es tut ja weh, sich sowas anzuhören müssen von dir, du. Du. Ach, danke schön, dass ich mir Auto kurz ausleihen darf. Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, einem rechtschaffenden Bürger wie mir zu helfen. Den Polizist, machen wir mal kurz kalt. Ich werde deine komischen Gangster-Knast-Geschichten absolut kommentarlos dastehen lassen. Ich werde dazu absolut nichts sagen. Spricht alles für sich, wie unglaublich Gangster er ist. Hallo, hallo, hallo. Nee, also, es gibt Sachen, die muss man eindeutig ausdiskutieren. Und für alles andere ist Mastercard, ja. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich glaube, gut, der ist weg. Ey, steckt doch ein, steckt doch ein, steckt doch ein und zack, und weg, dieser. Boah. Wo ist die Musik, wo ist die Musik, muss ich beruhigen. Boah. Sack, da fliegt er. They see me flying, they haten. Hahaha. Gut, jetzt haben wir schön hoch. Ja, also bitte auf diesen peinlichen Anfang, einmal die Mission verkacken und sonst alles, was scheiße gelaufen ist, was doch ganz gut. Ja, meine Aussage ist auch nicht sinnlos. Nein, 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 nein. Bloß aussteigen. So, das Auto krallen wir uns jetzt. Auf geht's, Loke. Steig mal ein, du Gangster. Nuss. Willst du mal... Hallo, will... Willst du mal vielleicht einsteigen, Loke? Oh, drei Sterne. Ey, du bist so ein Vollhorst. Ey, ich bin so im Arsch. Steig jetzt ein, Mann. Ach, leck mich doch. So, wir verstecken uns jetzt erstmal. Schritt eins. Wir fliegen aufs Dach. Fliegen aufs Dach. Fliegen aufs Dach, so. Schritt zwei. Wir springen vom Dach wieder runter. Schritt drei. Wir fliegen aufs Dach rauf. Wir fliegen aufs Dach. Ach, ne, he, he, he. Fick dich. Spiel, fick dich ins Knie. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick, 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 fick dich einfach. Ah, Mann. Bis gleich. Und willkommen zurück, bis jetzt wieder bei der gleichen Mission. Und ich habe jetzt angemacht, weil gerade ein Auto im Boden steckt. Ja. Problem. Also, ich habe die Polensterne gerade ausgeschaltet. Ich habe gerade meine Verwundbarkeit ausgeschaltet. Ich habe eine unendliche Munition angeschaltet. Warum? Weil ich kann. So sieht es nämlich aus. Wir fahren OG Pisser jetzt mit seinem verschissenen Job. Weil der geht mir so auf den Sack, ey. Ey, aber wenn ich gleich brenne und dann sterbe. Ich werde den Laptop durchs Fenster werfen. Ist mir so egal. Ist mir so egal. Das glaubst du gar nicht, wie egal mir das ist. Die beste Frage ist, wo muss ich eigentlich hin? Da oben, okay. Wusste ich doch. Klar. Sicher. Es ist die Angst, die Angst, jeden Moment einfach Tag in Flammen aufzugehen. Das war natürlich, äh, knapp. Okay, ja. Den Respekt habe ich mir aber auch wirklich verdient. Und Tor. Ich glaube, eine Mission. Gut, anscheinend. Warten wir noch schnell 10 Minuten. So können wir kurz was snacken, hier im Burger-Zeug da. Ein bisschen Geld haben wir ja. Ey, du bist so port-hässlich, ey, ohne Witz. Aber ich glaube, ich bestelle einen Salat. Hallo, ich... Das ist doch keine Kundenzufriedenheit. Ja, ich will dieses Kinder-Menü. So. Fertig. Ja, habe ich auch. Es kommt davon, wer sich mit mir anlegt. Ich glaube, ich habe keine Graffiti-Dose mehr. Aber das ist egal. Ich habe dafür was viel besseres. Burger-Shot. B... Burger-Shot. Burger-Shot. Ja, wer mich verarscht als Kunden, der... ...muss halt mit sowas rechnen. Kann ich da was für? Ich glaube, kaum. Of course I'm packing heat. Wagt bloß nicht, dich zu bewegen. Keine Bewegung. Ey, du bist so unglaublich dumm. Und was macht dieser Becher da unter dir? Dumm. Und... Dumm. Und was, schau mich mal an. Schau mich mal an, vielleicht, dass ich dich erlebe. Schau mich mal an, komm. Komm, schau mich mal an, schau mich mal an. Ha, ha, hast du Angst vor mir, ha? Uh. Ich rolle um dich rum und du hast Angst. Klapp, klapp. Ich rolle um dich rum und du hast Angst. Klapp, klapp. Ich rolle um dich, 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 rolle um dich rum und klapp. In die Hände. Klatsch, klatsch. Ah, du schießt gar nicht so schlecht aus. War gelungen, du bist hässlich. Nein, wirklich, du bist echt hässlich. Hör auf damit. Du verschandelst die Umwelt, macht dir jetzt eigentlich Spaß? Oh, wie gemein, wie niveaulos ich hier auch bin, ey, ohne Witz. Also eine Prozedur hat sicher kein Mensch verdient, egal was er angestellt. Ist mir scheißegal, Mann, ich mach, was ich Bock hab. Wenn mich jemand nervt, dann nervt mich jemand und dann muss er halt auch dran glauben einfach.